Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario aktuell hier im Yoshi Dorf im letzten Part sind wir durch den Dschungel geirrt und haben alle Yoshis gefunden die ausgebüxt sind und als Dank dafür haben wir eine Jade Statue bekommen und in dieser Jade Statue können wir uns jetzt einen neuen Weg durch den Dschungel bahnen, bin ich zumindest der Meinung. So, dementsprechend geht es jetzt weiter. Wir sind auf jeden Fall frisch und munter gehealt und Kaffee ist auch mit am Start. So, da hinten ist die Statue wo wir wahrscheinlich Jade darbieten müssen. Ich bin gespannt. So, und dann gucken wir mal was hier passiert. So, Jade Rabe rein damit. Die fährt jetzt einfach zur Seite, wa? Ha. Wusste ich's doch. Ja, und damit bahnt sich ein neuer Weg für uns. Und ich weiß immer noch nicht was das Ding macht. Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Wir sind auf jeden Fall tiefer im Dschungel angelangt. Geld. Glöckchen. Der sieht brüchig aus. Täuscht aber. Shit. Manu. D-d-d-d-d-d. Uuuuuh. Ja, das riecht doch nach einem Sternensturm. Oder BP. Ne, komm wir machen einen Sternensturm. Feuer frei. Geht schneller. Voll die Framer-Inbrüche. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ist halt auch einfach einer der geilsten Angriffe, oder? Gerade so, wenn die nur sieben KP haben, muss man das eigentlich benutzen bei so vielen Gegnern. So, gibt nur vier Erfahrungspunkte leider. Sehr traurig. Aber die nehmen wir mit. Ein Level noch und dann sind die wahrscheinlich auch so schwach, dass man die mit einem Ersttreffer killen könnte, ne? So, was ist das hier für ein Steinchen? So, das leuchtet auch wieder das Ding. Räumchen. Okay, und jetzt? Äh. Okay. Hab ich was verpasst? Ah, okay. Hä. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Okay, cool. Aha. Hier können wir wieder was schieben. Da sind unsichtbare Blöcke, glaube ich. Einer zumindest. Da ist eine Fontäne. Okay, pass auf. Wir machen erst mal... So. Hä? Ah, okay. Da hinten war er. So, ansonsten war es das hier auch schon, ne? Ich glaube, vermutlich müssen wir die Blöcke jetzt immer da drauf schieben, wo die Fontäne rauskommt. Und dann machen wir hier schön Unterdruck. Und dann eröffnet sich uns ein neuer Weg. Das ist der Plan. Das ist die Idee dahinter. Ob es klappt? Keine Ahnung. Werden wir sehen. So, ein bisschen Geld. Und zack. Ja. Boom, alter. Schöner Unterdruck unterm Stein. Weg damit. Natürlich ist der Stein, der wiegt viel weniger als die Blöcke. Ist logisch, ne? Cool. So. Hier war jetzt nichts mehr weiter, ne? Und drüben. Warte mal. Ich gehe nochmal eins zurück. Ein Feld. Ich will auch nochmal hier gucken. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer mit Watt. Ja, guck mal. Zum Glück haben wir nochmal nachgeguckt. Hier haben wir nämlich noch eine Felsmütze. Macht die bewegungsunfähig. Aber dafür kriegen wir weniger Schaden wahrscheinlich, oder? Dö, dö, dö. Immer schön alle Items mitnehmen, Leute. Ja, und immer schön Watt vorhalten. Auch wenn ich es immer vergesse. So, hier haben wir ganz viele Bäume. Wahrscheinlich müssen wir an jeden Baum mal dranhauen. Und hoffen, dass kein Gegner runterkommt. Aha. Toll, ist gar nichts passiert. Okay. Oh, hier sind überall Ranken. Ah, ich kann... Ah, okay. Okay, ich kann an die Ranken dranspringen. Das war nicht so gut. Ich hoffe... Ich kann fliehen. Habe ich den erwischt? Ne, ne? Okay. Bin aber im Vorteil. Also, sind nur zwei. Bin ich im Vorteil. Aber es sind nur zwei. So. Ich will endlich Feuergegner haben. Weil dann mache ich mit meinem Eiseingriff wahrscheinlich guten Schaden. So. Ich hoffe, der ruft keinen neuen. Sondern greift an. Ah. So. Ding, 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 zack. Und... Bam. Mitten ins Gesicht. D-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d. Wahnsinn. Zwei Erfahrungspunkte. Wuhu. Und zwei Münzen. So. Was hier? Natürlich. So. Den ignoriere ich mal. Ha. Erster Angriff. Bam. So. Okay. Ich. Zack. Zack. Und du musst. Alter, A gedrückt. Okay. Oh. Dem macht... Das macht gar keinen Schaden. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Jetzt recken die sich alle hoch. Okay. Wie sieht's gerade aus? 5, 3, 7. Super Bieben. Ding, ding, ding. So. Und den einen, da müssen wir jetzt... Dürfen wir nicht Watt nehmen? Der scheint ja gegen Elektroangriffe immun zu sein, mehr oder weniger. Äh... Goombario. Jetzt habe ich gerade ordentlich auf den Sack bekommen wieder. Okay. Herzchen. BP. Nehmen wir alles mit. Und hier kriegen wir noch einen schönen Pilz. Ja gut, dann würde ich auch gleich nehmen. Warte mal, wo ist denn das? Hier. Den gönne ich mir gleich mal. Dann sind wir wieder halbwegs voll. So. Und dann wechseln wir wieder auf Watt. Und weiter geht's. Auf in den nächsten Bereich. Okay. Hier ist ein Sternspitter irgendwo. Also das hat immer was eigentlich mit... Mit Bodenplatten zu tun, ne? Okay. Hier haben wir doch. Ich muss einfach nur geduldiger sein und die Arschbombe öfter machen. So, hier kriegen wir noch ein Herzchen. Das ist nett. Ich muss überall in den Pflanzen ziehen, wa? Wahuuu. Okay. Ist das noch ein Gegner hier? Ne. Das ist ein Herzchen. Okay. Ähm. Machen wir die wieder. Ähm. Drei Stück am Start. Oh, was? Und ein Kamek? Oh Gott. Hm. Okay. Gumbario. Was ist das für einer hier hinten? W. W plus Kamek. Okay. Das ist ein weiser Kamek. Ah. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Weise Robe, was? Wie hält er dir nur sauber? Elf KP, Angriffskraft drei. Er ist ein Heiler. Er kann pro Runde einen seiner Kumpel um fünf KP heilen. Oder er heilt die gesamte Truppe um jeweils drei KP. Du solltest diesen Kerl ganz schnell platt machen. Bin gerade am überlegen. Ich könnte jetzt einen Sternensturm machen. Oder mit der Feuerblume einmal. Verwandelt mal einen Stein und macht die bewegungsunfähig. Aber bekomme ich dafür diese Runde keinen Schaden? Ich würde das mal so machen. Okay. Ja. Dafür bin ich die Runde unbesiegbar. Ich glaube, das ist ganz okay. Dafür wissen wir jetzt, was die alle können. So. Und jetzt. Hau mal richtig rein. Und zwar. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Sternensturm. Oder. Sternwind. Dann kriegst du Kraft sechs. Ja. Komm. Machen wir das. So. Alle sechs Schaden. Und jetzt tun wir Bombette raus. Bombette. Und sprengen die alle in die Luft. Und dann sind wir schon fertig. Powerbombe. Und tschüss, Leute. Alter. Bombette, ey. Flächenschaden des Todes. Perfekt. Sehr schön. Ja. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Boah. Jawohl. Und nicht Kohle. Ich glaube, das ist ein sehr guter Schaden. Keine Ahnung, was dieses Leuchten bedeutet. Oder ob das später noch relevant wird für irgendwas. I don't know. Here we see. Uh. Der Dekobomb. Very interesting. So, ich sehe natürlich den Durchgang. Ich will hier aber noch mal eine kurze Runde laufen. So, hier komme ich gar nicht durch, oder? Nee. Die Musik, ey. Ist auch der Hammer. Okay. Es gibt, glaube ich, nur den einen Weg. Okay. Okay. Die Mucke. Okay. Auf in den Baum. Okay. Ich hätte irgendwie gedacht, wir kommen jetzt in den Vulkan. Aber wir sind immer noch im Dschungel. Ich bin auf Feuergegner eingestellt, Leute. Aber ich denke mal, die kommen schon noch. Ba, 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 ba. Ich finde es auch immer noch geil. Wie das Spiel halt aussieht, ne? Unglaublich. So, hier ist nix, ne? Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen. Die Musik, ey. Unfassbar. So, okay. Wir klettern jetzt bis hoch auf den Baum. Und dann kommen wir zu dem Don, oder wie? Was ist jetzt der richtige Weg? Oh, hier kriegen wir noch einen Orden. Sehr schön. Was ist denn das? Die Kapierre generieren sich während des Kampfes langsam. Wie viel kostet der? Oder wie viele Ordenpunkte kostet der? Das ist ja an sich nicht so bad. KP plus Erzlin. Drei. Wenn man viele KP hat, ist das sicherlich nützlich. Viele KP, hohe Verteidigung. Könnte ich mir ganz geil vorstellen. Aber da geht der Kampf wahrscheinlich auch ewig. Ich habe keine Ahnung, was diese Blumen machen. Die werden bestimmt später noch relevant. Hallo, Don. Du bist doch der Don, oder? Was los? Oh. Willkommen. Verzeih, dass ich etwas überrascht bin. Aber es ist schon eine Weile her. Ja, seit jemand hier hochgekommen ist. Oh ja, natürlich. Ich bin der Herr dieser Insel. Bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendein Problem gibt, dann nur raus mit der Sprache. Komm schon, raus damit. Aha, du bist also Mario. Ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst? Tja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich. Ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Deswegen warst du auch überrascht. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollen wir uns besser um das Vulkanproblem kümmern. Ra, ra, ra. No, die Babys kommen angeschwebt. Ra, 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 ra. Ausgezeichnet. Meine Abruxas. Es gibt Arbeit. Ich werde euch nur einmal instruieren. Also erwarte ich eure vollste Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Okay. Ja. Ich sehe, ihr versteht. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's Abruxas. Folgt mir. Miau. Okay, was passiert da? Kann ich hier auch runterspringen? Geht das? Wui. Natürlich. Hinterher. Macht der jetzt die Wurzel hoch oder was? Haurock. Aha. Sehr cool. Danke dir. Und weiter geht's. D-d-d-d. Okay. Der kämpft jetzt an unserer Seite, hä? Ist neuer, neuer Team-Member. Warum nehmen wir den nicht gegen Bowser? Easy wird das. Easy. Okay, wo sind wir jetzt? D-d-d-d-d-d-d. Waren wir hier schon mal? Äh, äh. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ich verstehe. Warte mal, da kann ich mir gleich mal heilen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, geilo. Oh. Toddi. Lass ausruhen. Wir waren zwar jetzt noch nicht so schwach, aber ich sollte immer jede Gelegenheit nutzen, die sich bietet, um das zu tun, denke ich. So, ähm, wir haben auch schon wieder viele Gegenstände, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, glaube ich. Ich brauche halt nicht so viele Gegenstände. Ich sammle lieber welche und verkaufe die immer mal wieder. Weil ist halt einfach besser, oder? Also, ansonsten muss ich die mal liegen lassen. So, Wolldu-Pilz, ich benutze das halt alles nicht. Und die Feuerblume sollte im Vulkan auch ziemlich unnütz sein. So, ansonsten bin ich, glaube ich, mit dem... Ach, komm, die Supersoda, eine verkaufe wir auch noch. Weg damit. Da haben wir jetzt wieder sechs Plätze frei. Das heißt, wir können sechs Gegenstände sammeln. Haben 276 Münzen. Damit bin ich sehr fein. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir kommen noch in den Vulkan. Und der will mir eigentlich einen coolen Gegenstand geben, ne? Ich, äh, erinnere mich da vielleicht an einen gewissen Hammer. Hi, Leute. Was geht? Verstanden. Gut. Sind alle bereit. Und nun ab Oxas an die Arbeit. Drütt. Oh, nein. Das wird nicht lange dauern. Fällen die denn einen Baum? Ihr könnt doch nicht den Baum fällen. Hm. Was zum Hänger? Galarado. Gra, gra, gra. Ach, hier haben wir uns eine Baumbrücke gebaut. Ah, schön. Fertig. Gra. Alles klar. Du kannst jetzt den Vulkan erreichen. Wir haben jetzt so einen... einen Fahrstuhl. Oh, herausragend. Wirklich. Es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Ach so. Was ein Glück, nicht mal Mario. Ich werde keine Sekunden länger warten. Die Schätze der Vergangenheit rufen nach mir. Vorwärts. Ich auch. Dieser Koopa. Was für ein Draufgänger. Stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn. Das muss man ihn lassen. Kühn und völlig durchgeknallt. Aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Okay. Du hast den Ultrastein ausgezeichnet. Hebt einen deiner Freunde in den Ultrarang auf. Oh ja. Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dungeons, äh, Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultrarang erheben. Die Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertrau mir. Dieser hat mir einen Stern im Traum verraten. Dieser hat mir einen Stern zum Traum verraten. Setz ihn weise ein. Ich muss nun gehen. Over. Und aus. Over und aus. Alter, geil. Naja, theoretisch haben wir den ja schon gefunden gehabt, ne? So ein super Teil. Oder brauchen wir einen, der... Was ist denn das? Brauchen wir einen, der noch nicht benutzt ist? Das ist jetzt die Frage. Naja, egal. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Gra, 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 gra. Okay. Dann geht's in den Vulkan. Tschüssi, Leute.